Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich eine sehr große, sehr geile Batterie für euch und zwar die Nighthauler. Dabei handelt es sich um eine XXL Heuler Titanweather Batterie mit 39 Schuss, ca. 60 Meter Effekthöhe und 25 Sekunden Brenndauer. Bei dieser Batterie scheinen sich so ein bisschen die Geister. Manche sagen, sie wäre zu teuer. 1999 für eine Heuler Batterie scheint schon happig zu sein. Allerdings sind es nicht einfach Standard Heuler, sondern wirklich sehr abgefahrene, eher vom Ton her tiefere Heuler, die wirklich ultra geil klingen. Also wirklich großes Kino für die Ohren und die Augen, weil der Effekt am Himmel wirklich, meiner Meinung nach, wirklich schön ist eigentlich mit diesen Silberwirbeln. Ja, ich persönlich mag sie. Es gibt auch Leute, wie gesagt, die sagen, sie wäre zu teuer. Aber meiner Meinung nach lohnt es sich auf jeden Fall, wenn man auf Heuler steht. Die kann man wirklich mitnehmen. Ich würde sagen, wir können die noch schnell aufmachen. So, da sind ja die Batterie nochmal ausgepackt. Dann schauen wir auf die NEM-Angabe. Und die ist hier nicht drauf, oder? Nein, hier nicht. Dafür aber hier. Und zwar beträgt die NEM 270 Gramm. Ja, ist für so eine Titanheuler Batterie ganz gut, denke ich. Das Kaliber beträgt übrigens auch 25 Millimeter. Der ist also auch nicht von schlechten Eltern. Ich bin wirklich schon sehr gespannt, wie die sich so machen wird. Wir sehen uns gleich bei der Zündung wieder. Wir sehen uns gleich bei der Zündung wieder. Das war die Neidhauler Batterie von Veko. Mal was anderes, was man im deutschen Discounter-Bereich vielleicht nicht so häufig antrifft. Nämlich Titanheuler, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen haben. Wenngleich ich sie mir auch etwas lauter vorgestellt habe. Allerdings glaube ich, dass ich einfach auch schon ziemlich taub war. Weil ich die Batterie so ziemlich als letztes gezündet habe an Silvester. Und dementsprechend da nicht mehr so ganz, ähm, ja, zurechnungsfähig, ähm, ja, war. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir aber ein Zelliger-Finale oder überhaupt ein Finale so ein bisschen gefehlt hat. Gerade für den Preis von 20 Euro hätte ich mir das auf jeden Fall noch gewünscht. Oder dass Veko halt ein bisschen mit dem Preis runter geht. Aber so stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht ganz, finde ich. Dennoch ist es ein interessanter Artikel, der zu Unrecht sehr harsch und oft kritisiert wurde. Also mir hat er im Großen und Ganzen gut gefallen, bis eben auf das fehlende Finale. Sonst kann man sich den wirklich mal angucken. Weil ich glaube, der ist für Heuler-Fans wirklich sehr, sehr gut geeignet. Und es ist einfach mal was anderes. Nicht immer nur diese hohen Heuler, die so ein bisschen wie so eine sternende Katze klingen. Von daher finde ich es mal ganz gut, dass es auch auf dem Heuler-Markt, das sage ich jetzt einfach mal. Auch ein bisschen Abwechslung gibt. Und ja, schreibt mir doch gerne mal eure Meinung zum Artikel in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen zweiten Adventssonntag. Bald ist es wieder soweit. Bald geht es einkaufen und bald wird wieder gezündet. Insofern noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.